Ja, hallo ihr Lieben! Moin! Ja, ich bin aktuell hier in Köln auf der Galopp-Rennbahn, Trab-Rennbahn und hier sind wieder die Camping- und Outdoor-Days. Letzte Woche waren wir noch in München am Pilsensee und jetzt sind wir schon wieder hier im Rheinland in Köln. Ist natürlich für mich total schön, weil es ist quasi vor der Haustüre, also nicht ganz so weit. Werde ich euch auch noch ein Video von machen. Das seht ihr dann, wie gesagt, auf dem Kanal. Schaut da einfach mal rein. Ja, worum soll es heute gehen? Ihr wisst ja vielleicht, ich habe bei mir von T-Tronic die Alarmanlage verbaut und bin damit mega zufrieden. Und jetzt hat T-Tronic was Neues rausgebracht und zwar ein NFC-Modul. Erste Frage beantworten, wofür ist ein NFC-Modul? Mit diesem Modul könnt ihr euer Fahrzeug mit einer Karte, die ist mit hier drinnen, auf- und zuschließen und die Alarmanlage logischerweise direkt schärfen. Funktioniert mit der Vipro, mit der Vipro 3, mit der Vipro 3 Safe-Log. Damit kannst du halt, wie gesagt, wenn du die Vipro 3 hast, Alarmanlage scharf und unscharf stellen. Mit der Safe-Log, so wie wir es hier verbaut haben, schließt du damit auch gleichzeitig das Auto auf und zu. Also das ist richtig, richtig cool. Und dieser NFC-Tag ist das hier. Das klebt man dann einfach von hinten mit diesen Klebestreifen an die Scheibe beispielsweise, hält dann die Karte davor von außen und schließt damit das Auto auf und zu. Ja, im Lieferumfang enthalten ist halt einmal der NFC-Tag, eine von diesen NFC-Karten und eine Bedienungsanleitung. Diese Karten kann man nachbestellen, kosten glaube ich 19 Euro als Nachbestellung. Der Tag kostet 167 Euro. Es gibt aber auch noch was richtig cooles, jetzt nochmal neu. Ihr seht, es ist alles noch original verpackt. Wir machen das alles eins zu eins zusammen, damit ihr seht, wie einfach das Anlernen und das Einrichten ist, damit es funktioniert. Hier ist jetzt noch, ihr seht, es ist wirklich noch komplett zu. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Wir machen das zusammen, weil ich gedacht habe, komm, wenn das schon so einfach funktioniert, machen wir das Ganze zusammen, dann sieht auch jeder, wie es funktioniert. Jetzt ist das hier so schön zu. Das reißen wir jetzt einfach mal auf, sofern es das möchte. Hier ist ein Armband drin. In diesem ist auch ein NFC-Tag, ein NFC-Chip verbaut. Und das ist natürlich total cool für gerade, wenn man mal in so ein Schwimmbad geht oder irgendwie an den Strand und hat beispielsweise seinen Schlüssel, möchte man nicht mitnehmen, hat den im Fahrzeug gelassen. Selbstverständlich, da bitte darauf achten. Tut ihn da hin, wo ihn keiner findet. Am besten in einem Tresor oder irgendwie sowas. Ja, dann hast du halt das Armband und kannst damit das Auto auf- und zuschließen und gleichzeitig auch die Alarmbelage. Wie gesagt, je nachdem, welches System ihr gerade verbaut habt. Jetzt kommen natürlich wieder ein paar, die sagen, ja, ich habe aber das Bluetooth-Modul verbaut, dann brauche ich das Ganze ja gar nicht. Jein. Ich sage mal so, das Tolle an dem NFC-Modul ist, ja, ich kann über das Bluetooth-Modul, was ich verbaut habe, über meine Smartwatch das Auto auf- und zuschließen. Funktioniert richtig gut oder halt direkt per Handy. Auch das funktioniert. Heißt, ich muss da generell schon den Schlüssel nicht mitnehmen. Wenn ich aber jetzt beispielsweise am Meer bin und möchte schwimmen gehen, ich bin jemand, ich würde meine Apple Watch nicht mit ins Salzwasser so gerne nehmen. Kann man. Aber ich lasse sie da doch lieber im Auto. Und dann nehme ich halt nur dieses Armband. Und das ist natürlich richtig, richtig cool. Zu der Karte mit dem NFC-Chip hier drinne und mit dem Chip hier, da erzähle ich euch nachher noch was. Da gibt es nämlich was, was vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant sein könnte. Und ja, wie gesagt, wir machen mal die ganze Einrichtung. Wie gesagt, hier ist auch noch diese Lasche dran. Also das sollte funktionieren. So ist die Ansage. Und ich denke mal, das kriegen wir gemeinsam hin. Die Einrichtung. Als allererstes, wir ziehen mal hier den Schlüssel raus. So, und jetzt ist die ganze Geschichte schon mal so, dass die Batterie jetzt scharf geschaltet ist hier drinne, nenne ich es mal. Und die Einrichtung funktioniert ganz einfach. Es gibt genau zwei Varianten. Jetzt muss ich mal gerade mein Handy nehmen und mache bei mir mal eine Bildschirmaufnahme. Wie gesagt, Variante 1 wäre jetzt, man geht an das Bluetooth-Modul, versetzt das in den Koppelungsmodus. Das ist, wie gesagt, super einfach. Und hier zeige ich euch jetzt einfach mal, wie das Ganze funktioniert mit der T-Tronic-App. Wie gesagt, man sieht jetzt hier, ich habe mal die Bildschirmaufnahme, blende ich euch ein. Hier oben rechts ist ja dieses, ja Büroklammer-Symbol nenne ich es immer. Da kann ich ja das ganze System in den Koppelungsmodus stellen. Ich drücke jetzt hier mal auf Koppelungsmodus starten. Ich hoffe, man hört jetzt im Hintergrund dann das Piepen von der Alarmanlage. So, jetzt ist das Ganze im Koppelungsmodus. Jetzt gehen wir einfach hin, halten die Karte. Piep. Hat gepiept. Mal gucken. Koppelungsmodus verlassen. Koppelungsmodus verlassen. So, und jetzt sollte, ich weiß gar nicht, kann man das im Hintergrund sehen oder hören, Achtung. Auto abgeschlossen. Und das war es schon. Leute, ohne Quatsch, ist das simpel oder ist das simpel? Ich habe es, ihr habt es ja gesehen, ich habe es vorher nicht gemacht. Es war alles gerade erst ausgepackt. Jetzt ist das Auto abgeschlossen und die Alarmanlage ist scharf. Auto ist wieder auf und die Alarmanlage ist entschärft. Das war es. Also, mehr ist nicht. Und wie gesagt, Bedienungsanleitung ist dabei. Hier ist auch alles wirklich Schritt für Schritt drinne erklärt. Und jetzt kann ich diesen NFC-Tag beispielsweise, ich mache es jetzt nur symbolisch, aufs Fenster kleben. Vorne zum Beispiel auf die Ecke oder vorne in die Windschutzscheibe oder wo auch immer ich das hinmachen möchte. Und dann kann ich von draußen einfach Auto zu Auto auf. Also, einfacher geht es nicht. Wirklich. Nächster Schritt. Jetzt haben wir hier diesen NFC-Tag mit der Karte. Das habt ihr gesehen, das hat super funktioniert. Aber die hier kennen sich ja noch gar nicht. Das heißt, das Armband, das funktioniert nicht. Zum Anlernen müssen wir das Ganze öffnen. Es steht alles hier in der Bedienungsanleitung drin. Wir müssen hier diesen Deckel einmal abmachen. Wir drehen das hier so ein bisschen. So, keine Ahnung, 5,40 Grad oder so. Und dann können wir diesen Deckel auch schon abmachen. Hier drin sind auch die Batterien. Zu den Batterien ist total cool. Das Gerät überprüft jedes Mal, wenn ihr das Auto abschließt oder aufschließt, den Batteriestatus. Wenn das Gerät erkennt, dass die Batterie zu schwach ist, lässt er überhaupt nicht mehr das Abschließen zu, weil er dann weiß, ich kriege es beim nächsten Mal eventuell nicht wieder auf. Also auch das ist ziemlich cool gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier steht jetzt drin, NFC-Tag an das Modul anlernen. Ganz einfach. Hier unten ist so ein Knöpfchen. Den müssen wir mal drei Sekunden drücken. Ich hoffe, das kann man aus der Ferne jetzt sehen. Eins, zwei, drei. Jetzt leuchtet hier unten eine blaue LED. Das kann man sehen. So, jetzt halten wir das hier gegen. Auto abgeschlossen. Dann drücken wir hier wieder eine Sekunde. Lampe aus. Auto ist abgeschlossen. Auto ist aufgeschlossen. Mega. Das war es schon. Und jetzt gehen wir einfach hin. Gucken hier auch wieder. So 45 Grad. Und verriegeln das Ganze. Und der NFC-Tag ist schon fertig. Also das ist mal richtig, richtig einfach gewesen. Ich wünschte, es ist überall bei neuen Sachen so einfach Sachen anzulernen. Wie gesagt, du kannst jetzt hier Auto zu. Auto auf. Richtig, richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Jetzt habe ich euch ja gesagt gehabt, ich wollte euch noch was zu den Karten sagen und zu den Armbändern. Du kannst dieses Armband nachkaufen für 25 Euro, die Karten nachkaufen für 19 Euro. Der Tag kostet 167 Euro. Bei dem Tag ist immer eine Karte schon mit dabei. Ihr könnt aber bei T-Tronic und im Fachhandel logischerweise Karten nachbestellen. Ich verlinke euch alles mal unten in der Videobeschreibung. Die Frage, die kommen wird, kann ich andere NFC-Module, Karten oder sowas, oder so Tags damit verbinden? Ja, kann ich. Aber T-Tronic sagt ganz klar, die haben hier einen extremst hohen Sicherheitsstandard von diesen NFC-Karten und auch von dem Armband und so. Komm, ich schleiche nochmal drauf zurück, weil da kommt auch noch was Cooles. Deswegen würde ich persönlich jedem von euch raten, wenn ihr das habt und möchtet da noch was nachrüsten, holt euch definitiv die Originalkarte, Originalarmband. Nur damit würde ich es machen, weil es geht um euer Fahrzeug, es geht um die Sicherheit. Es wird demnächst auch noch einen Schlüsselanhänger geben. Das ist auch cool. Jetzt sagt wieder einer, ja, dann habe ich ja wieder meinen Schlüssel mit. Ja, aber beispielsweise, du hast jetzt eine Karte oder ein Armband oder, oder, oder. Du kannst dann halt deinen Schlüsselanhänger, du kannst ja nur bewusst den ganzen Schlüssel mitnehmen, deinen Fahrzeugschlüssel. Du kannst das auch beispielsweise jemandem dann mal geben hier für Werkstatt oder keine Ahnung, was auch immer. Da gibt es 100.000 Varianten und Möglichkeiten, die man machen kann. Und von daher würde ich sagen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Ich finde diesen NFC-Tag von Zytronic auf jeden Fall eine richtig coole Erweiterung von der Alarmanlage. Selbst ich, wo ich das Bluetooth-Modul habe, würde das benutzen. Vor allem das Coole ist ja, man könnte ja jetzt auch hingehen, Handyhülle, ne? Legst sie hier hinten in die Handyhülle mit rein, nimmst dein Handy mit, hältst das Handy an die Scheibe, Auto zu, Auto wieder auf. Funktioniert mega. Also auch das, dann hast du halt nur das Handy mit. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, haut es einfach mal unten in die Kommentare. Also ich finde das Produkt richtig, richtig cool. Sehr gelungen. Ist auch nicht zu groß, ganz ehrlich. cooler Tipp übrigens, Olli und Manu, die haben den NFC-Tag auch schon vorgestellt gehabt und Olli und Manu haben das hinter die Umweltplakette geklebt, gehabt vorne in die Windschutzscheibe. Finde ich auch einen richtig coolen Tipp, coole Idee. Fällt das Ding gar nicht mehr auf, du siehst es nämlich nicht. Können wir das gar nicht erahnen von außen. Auf jeden Fall, das auch eine sehr coole Idee, aber nicht meine, wie gesagt, war von Olli und Manu. Aber wollte ich euch auf jeden Fall den Tipp auch mitgeben, weil fand ich ganz cool. Ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, haut es unten in die Kommentare und ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen filmen gehen draußen, weil hier ist richtig was los und ja, ich würde sagen, Leute, macht es gut, bis demnächst. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.